Tag Leute, heute machen wir wieder einen kleinen Abstecher in Megapolis. Das müsste heute der 11. Spieltag sein. 12. Ok. Und ich finde für den 12. Spieltag bin ich schon ganz schön weit. Hier habe ich noch irgendeine Belohnung erhalten, Leistung erzielt. 32 Geschenke, gleich mal alle anwenden. Ja, 10 Jahre später. Wisst ihr eigentlich seit wann es Megapolis gibt? Würde mich mal interessieren. Wenn ihr es wisst, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Aber man bekommt nie irgendwas Gutes. Also aus dem Börsental. Ja, jetzt geht es wieder ums Einsammeln. Zack, 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 zack. Habe ich hier jetzt anders? Ja, jetzt müssen wir noch kurz warten. Ne, danke. Nein, ich wollte nicht da hin. Toll, jetzt kann ich wieder zurückreisen. Gehe hier noch, Megapolis. Toll, jetzt hat sie alles nicht gespeichert. Jupp. Dann machen wir mal einen 24-Stunden-Vertrag. Denn morgen werde ich eigentlich nicht online sein und deswegen... Ups, jetzt habe ich da einen 48-Stunden-Vertrag abgeschlossen. Ach egal, hier jetzt auch. Muss ich halt öfters rein. So. Das wäre es eigentlich auch wieder gewesen. Ja, dann noch einen schönen Tag und tschüss. Schau. Ach egal, Schau. Ich greife. Schau. 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 Vielen Dank.